Willkommen bei Janus Moratti bei die exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei die heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schaut sie in die Videobeschreibung, da steht Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch, TikTok. Und schaut bei Kanal-Info vorbei, da steht mein Geburtsdatum und mein Alter. Und da steht Facebook, Instagram, Twitter, Twitch und TikTok. Und heute vermehren wir wieder Karotten. Diese Sorte. Schöne lange Karotten. Das zeige ich euch jetzt. Jetzt macht man mit den Strecke eine Fuche. So. Da kann man den Samen dann hineinlehnen. Da kann man halt dann nicht wieder Erde abdecken. Und die Vögel haben mir die ganze Karotten kaputt gemacht. So schaut der Samen aus. Da kann man verteilen. Aufstellen. Oder darüber auch. Bitte zumachen. Jetzt stecken wir das hinein. Ich mache eine zweite Reihe auch. Nicht knapp daneben. Hier. Und dann lebe ich die Küche. Und we Overwatch. So. Da geht raus. Zwei rein. Heute dann mal einen Kleezschuder. Und ein bisschen Erde nach rüber. So schaut das jetzt aus. Tschüss Leute. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Schaut in die Videobeschreibung. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Und stellt mir Fragen. Und schaut bei Kanal Info vorbei. Und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.